hallo ich bin es ich bin hier gerade bei war gerade bei target cooler laden riesig groß da gibt es fast alles und platz ohne ende also das obwohl da ordentlich kunden drin sind hat man so das gefühl man ist alleine im laden ja was mache ich bei target werdet ihr euch jetzt fragen ich habe ja hier ist ja nur schmooking und der asche sieht aus da habe ich mir jetzt ein asche halter was das jetzt vor drei wochen habe ich mir so ein asche halter das habe ich auch ein straußwerk geklaut und waschlappen und waschlappen habe ich hier in dem becherhalter mich ja so eine kuhlitz geformt und da liegt der stratus für aschenbecher drin den habe ich den aschenbecher habe ich im reviere geklaut und die quad sind ja und nun beginnen die spiele wieder lasst die spiele beginnen passend weil ich ja immer noch in sortlick city bin jetzt habe ich mir hier drei drei little trees geholt ja wieder eine spezialmarke neuwagen duft das auf dem weg auf dem parkplatz habe ich den duft schon in der nase gehabt wenn ich da gleich ein von öffne ich wollte eigentlich zwei aber den zweiten würde ich erst öffnen wenn ich in vegas bin damit ich das hier mal so ein bisschen versucht zu neutralisieren den gestank so und gleich werde ich eine packung öffnen und wenn ich mich nicht mehr melden sollte dann liege ich ohnmächtig im auto ich trau mich gar nicht neuwagen duft ja eine frische brise ich würde sagen eher ein frischer sturm ja 255 kosten die beiden dinger hier quatsch 245 bezahlt 245 drei stück ja und dann werde ich mir jetzt eine an die an rückspiegel dengeln und jetzt weiter zur kupfermine dann eiern ich hoffe ich werde das für das erreichen so ich öffne jetzt mal ein tschüss ich habe meine mein neuwagen duft ich und mein vorher nachher vorher nachher so ein bisschen zilli ich mache es jetzt ich kenne nichts vielleicht haben wie auch gasmasken dann renne ich da gleich nochmal wieder rein tschüss der baum hängt und ich bin immer noch am leben aber ich habe das video natürlich nicht gemacht um nicht angemacht um euch den baum zu zeigen das stinkt natürlich fröhlich vor sich hin der ist aber nicht so aggressiv wie den den ich mal in page gekauft habe ich wollte etwas anderes zeigen das war auch das video ausmachen ich muss mal aus